Unser neustes Projekt ist die Landwirtschaftsschule in Tansania. Eine Landwirtschaftsschule, sollte man meinen, ist gar nicht so eine neue Idee. In diesem Fall sind viele Elemente eine neue Idee. Die Schüler, die brauchen keine großartige Vorkenntnis, unterrichtet wird in der lokalen Landessprache und sie brauchen keine Schulgebühren bezahlen. Und im Gegenteil, statt einer Schulgebühr zu bezahlen, zahlen wir den Jugendlichen ein kleines Taschengeld und legen Geld zur Seite, das sie dann zur Verfügung haben nach dem einjährigen Kurs. Damit haben sie ein Startkapital, um eine kleine eigene Farm auf dem Land aufzumachen. Die Produkte werden nicht exportiert, sondern auf dem lokalen Dorfmarkt verkauft und bringen genug ein, dass sie damit ein ordentliches Überleben haben. Tatsache ist, Landwirtschaft ist die Zukunft Afrikas. Thank you very much! Krascheng!